In diesem Video zeige ich dir, wie du diese tollen Hotdog-Wraps machst. Viel Spaß dabei! Für die Hotdog-Wraps brauchen wir Weizen-Tortillas, dann Seidenwurst oder man nimmt diese Wiener aus dem Glas. Wie auch immer, ich habe die Seidenwurst vom Metzger. Dann habe ich hier ein bisschen geriebenen Gouda. Dann nehme ich hier noch so Cheddar-Sandwich-Scheiben. Dann Ketchup, bisschen Senf. Dann habe ich hier so eine Art Remoulade in der Flasche. Das ist eigentlich nachher nur zum Garnieren. Dann Röstkriebeln. Dann habe ich noch mein selbstgemachtes Gurken-Relisch. Das Rezept dazu findest du hier in dem Hotdog-Auflauf-Video. Das werde ich hier oben einblenden. Dann nehme ich mir so einen Weizen-Tortillas. Nehme ein bisschen von dem Ketchup. Verteile den Ketchup hier gut. Nehme ein bisschen von dem Senf. Verteile den Senf dann ebenfalls. Hier in die Mitte kommt dann einfach so eine Scheibe Käse. Dann nehme ich noch ein bisschen von dem geriebenen Käse. Gebe den hier auch rein. Nehme mir dann eine Seidenwurst. Gebe die hier rein. Rolle das Ganze dann einfach ein. Schön pep einrollen. Die Seiten hier ein bisschen einklappen. Auf beiden Seiten einfach, dass das schön verschlossen ist. Dann habe ich hier ein Blech schon mal eingefettet. Gebe die Rolle hier einfach rein. Und so mache ich das jetzt mit allen. Bis die Schale voll ist. Beziehungsweise bis ich keine Wurst mehr habe. Und dann machen wir weiter. Wenn ich die Wraps dann alle eingerollt habe, dann nehme ich mir den Käse, den ich noch habe. Und gebe den hier auf die Rollen drauf. Ich drücke das hier jetzt ein bisschen zusammen, dass der Käse nicht runterfällt. Und wenn der Käse nicht reicht, dann reibt man einfach noch ein bisschen drüber. So, die Rollen sollten einfach gut bedeckt sein. Und das gebe ich jetzt so bei ca. 180 Grad für 15 Minuten auf den Grill. Wichtig ist einfach, dass es schön goldbraun nachher rauskommt. Nach ca. 20 Minuten nehme ich das Ganze runter. Ich habe gerade mal reingeschaut, das sah schon gut aus. Und es sieht auch immer noch gut aus. Und hier kommen jetzt nur noch die Toppings drauf. Heißt, ich mache die Röstzwiebeln hier drüber. Ich mache diese Remoulade bzw. den Schmand da drüber. Und ganz zum Schluss gehe ich noch mit dem Gurkenrelisch drüber. Ich habe mir jetzt von den Wraps mal was aus dem Blech genommen. Ich werde das Ganze jetzt mal probieren. Also ich finde, es schmeckt super. Von der Käsescheibe merkt man richtig, dass sie schön geschmolzen ist. Hier hinten ist es ein bisschen crunchy. Das finde ich eigentlich auch cool. Dann hat man unterschiedliche Texturen. Natürlich die Röstzwiebeln und das Gurkenrelisch. Ich finde Röstzwiebeln, das passt zu so vielen Sachen. Das ist einfach ein cooles Produkt. Ich hätte vielleicht von dieser Remoulade ein bisschen mehr drauf machen können. Ich finde, das bringt ein bisschen eine Frische mit rein. Einen ganz interessanten Geschmack eigentlich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dona. Los.